Guck mal mein Titel Ja, das passt zu dir Deiner Äh, was? Ja, nein, ich dachte... Loh... Hab ich gesehen! Ha, gut, zack Ja, Tim, was muss ich denn jetzt machen? Nice! Ich bin... Ehrlich gesagt... Ehrlich gesagt, überrascht, dass du den triffst Hier, guck mal mein Banner Ähm... Was soll das sein? Essen? Essen? Hä? Oh, diese scheiß Eisengolems im Hintergrund, das ist furchtbar Ich hätte mich nicht zur Eisenform stellen sollen Das ging auch schon mal besser Habe ihn zerstört Das war knapp Sehr gut Fängst du denn mit dich? Nein, nicht dein Ernst Sauber gehalten von dem anderen Und er hat mich getötet, ich glaube ich ihn getötet hab Und du bist gemutet, falls du irgendwas sagst Oder redest du jetzt nicht mehr mit mir? Mach ihn rein, Twi, mach ihn rein! Nicht gleich schreiben, mach diesen Scheiß... Das ist nicht... Er steht vorm Tor und er schreibt lieber Was ein... Ah! Was ein Twi Ich hab kein Nass, ich hab kein Nass Wow, der Brokkoli macht mich ganze Zeit kaputt Bringt ihm aber auch nichts Mach ihn rein Mach ihn weg! Scheiße! Sehr gut, der kommt gut Hau ihn rein! Sehr schön Ich mit meinen 56 Punkten Bin hier fett am... am abräumen Hau ihn rein! Hau ihn rein! Hau ihn rein! Das nennt ich mal ne Glanzparade Auf allem du hast Nubes geschieben Und du hast 46 Punkten Oh! Ich muss nie mein erster sein! Andi, wo warst du jetzt? Hier! Wo bist du jetzt? Oh mein Gott! Wo bist du? Hinten beim Tor Da bist du nicht im Tor Ich bin im Tor Ich bin im Tor Die schießen jetzt ein Tor, Andi Andi, 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 Andi Oh mein Gott. Wie? Wir müssen das gewinnen. Wir dürfen gegen Brokkoli nicht verlieren. Fuck, ihr wollt was schreiben. Fuck. Wir machen lieber ein Tor. Warte jetzt irgendwas über dich schreiben, Andi. Ja, ist wurscht, mach lieber ein Tor. Andi, ich hab schon 2 Tore, der mach mal. Der Tor. Kann ja nicht sein, dass ich alles machen muss. Du bist so ein Honk. Andi? Hab ich doch. Mit Dik bringe ich dir den vielleicht? Bisschen zu fest. Bisschen zu fest. Sorry. Kein Nuss. Fuck. Mei oh mei oh mei. Wie? Jetzt schießen sie ein Tor. Ja, wo bist du denn? Bring ich mit Dik? Mit Dik? Ich hab keinen Nuss. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich hab gleich einen ausgenockt, Andi. Ja, ist er. Andi. Andi. Was ist denn? Unsere Richtung schießen. Das ist keine Idee. Alter, wir kommen hier noch einen Hitchkosch voran. Ich hab 38 Autoberührungen. Und eine Glanzparade. R.M. Was ist R.M.? Der ist bewusst, dass ich jetzt erstmal ein Tor habe. Oh mein Gott. Jetzt macht er was, weißt du? So, Tui, ich hab schonmal 124 Punkte und du so? Ich fahr rückwärts. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Vor allem ein Tor mit 124 Punkte. Warum? Ganz knapp. Ich hab mich so warm, Andi. Ich schmelze. Ja, ich war heute auch wie so eine Tropfsteinhöhle. Ja, das ist nicht. Wie im Büro ist er gekühlt. Die Büro haben hier 15 Grad gefühlt. Alter, wirst du mich verarschen. Ich war bei 45 Grad im Schatten. Aber draußen, wenn du dann rausgehst aus dem Büro, äh... Warum gehst du überhaupt raus? Äh, weil ich gleich nach Hause gehen muss, Andi. Hä, bleibst du in der Arbeit? Ach so, ja. Ja, da war ich kurz um überlegen. War so schön kühl und da... Das ist echt ne Polte. Komm, mir drüben das Noss. Hab kein Noss, Andi. Die schießen jetzt ein Tor. Die schießen jetzt ein Tor. Tun sie nicht. Ha! Ja, alles gut. Alles gut. Lieber du als die Gegner. Ich bin eigentlich nur reingesprungen, damit die Gegner das nicht haben. Du hättest nicht... den Typen wegkrammen müssen. Wir sind jetzt voll geart. Ich hab kein Noss. Ich hab kein... Ah, ja. Geh rein. Du oder nicht? Ich hab noch kein Noss. Ich auch nicht. Ich hab null. Also wirklich null Komma gar nichts. Ich hol mir drüben was. Sehr schön, du hast auch wieder was. Sehr gut. Es ist nicht mehr. Schade, aber den hab ich gleich. Ich hab noch ein Tor-Aussicherung. Ja. Ich hab einen Typen kaputt gefahren. Sehr schön, sehr schön. Nein, ich wollte aufstrahlen. Bist du peinlich? Ja. BOOM! So, jetzt hast du auch 126. Du... Was? Du all play for this and you say we got four kids. Was? Ach so, wir got four kills. Ach so. Äh, Andi. Nicht schreiben. Andi. 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 Ich bin doch da. Startet. Jetzt mach ein Tor. Startet. Was willst du? Ja, dann muss ein D. Ich startet. Ist mir scheißegal. Ich startet. Ich bin doch erst 13. Da ist es wurscht. Natürlich mit der englischen Sprache. Das war jetzt ein Fehler. Das ist erst recht. Nice. Hast du eigentlich heute schon mal was gemacht? Vor allem, hä, warum hat der geschehen? Du wirst dafür bezahlen. Hä? Ich denke, du musst deine Moms besuchen. Äh. Irgendwas. Sure, Ballcream. Hä? Hä? Das ist ja mal geil. Hä? Er hat mich kaputt gefahren. Ja. Was ist denn? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist so blöd. Du bist so blöd. Du bist so blöd. Oh! Ah, schade. Fuck. Kein Noss. Er hat mich kaputt gemacht. Nein, ich brauchst das Noss. Du brauchst den Scheißen. Das ist doch dein Nuss Ah, Mist Kein Nuss Kein Nuss Mit, Dick? Ich steh'n neben dir Fuck Wieso haust du mich jetzt weg, Dick? Mein Gott Ja, das versteh'n ich Wow, wie er halt nur auf mich geht Ja gut, du hast dich auch ein bisschen beleidigt, ne? Und auch ein bisschen gereizt Oh mein Gott, die treff'n echt nicht, obwohl das tolle ersteht, das könnte ich sein Guck mal, da ist noch eins drin Du schreibst wieder Andi, der kommt Ich schreib überhaupt nicht Ich hab 13 bekommen Ne, was hast du? Ich hab 13 Kassetten bekommen, die hast du bekommen? Ich auch Ah, scheiße Dann kannst du ne Rante hochfahren Immer nur am Beschweren Ich bin nur am Beschweren Ich bin nur am Beschweren, natürlich bin ich nur Allein die Lenkung Ich hab richtig gemeckert dran für mich Ich find schon, dass das Auto sich anders fährt Hä? Ein Bullshit Natürlich, ich find die Lenkung ist anders Hä? Ah nee, das macht einfach nur Sinn So, ich find, dass die Lenkung... Das wär voll am Patriot Wieso? Ich glaub schon, dass sich die Autos unterschiedlich fahren lassen Ne, ich glaub, ne Hundertprozentig nicht Undi? Oh scheiße Ja Lautsam Nein, jetzt hab ich ihn getroffen Nee, ich wollte ihm Andi zuspielen Er braucht ja Balken Taucht das Auto fertig viel anders da Hundertprozentig Anders da, ja Anders da Anders da Anders da, ja natürlich anders da Ja, anders da Anders da Andere Dasta Ja, du bist auch ein Dasta Na, da wohnt, treibste Dasta Weißt du, was Dasta ist? Ja, das ist ein Auto von Dacia Ja, ich hab kein Auto zerstört von Dacia Und ich hab kein Auto zerstört von dreien Verdammt Na, da wohnt, da ist Dasta Vollkontakt mit Dick Aber ein Dasta ist auch so ein Staubwischer Mit Dick, mit Dick Ja, das stimmt Danke Jo Legna Jo Legna Jo Legna Jo Legna Jo Legna Ich fahr Ich? Ja, ich brauch Bar-Kontakt Bestimmt 100, wie machst du schon? Wo seh ich das? Äh... bunte Herausforderungen Und wie komm ich da hin? Im Hauptmenü. Geh mal kurz raus. Oh, boah. Der kommt gut. Schön gestoppt. Schöne Vorlage. Schöne Vorlage. Nice, thanks mate! Yay! Ich glaub der eine ist auf Harker. Mit Tick vielleicht? Mit Tick? Mit Tick? Mit Tick? Es war aber nur ein Bar-Kontakt, Andi. Ich hab 18 Punkte, wow. Ihr Harker zieht, gähmuntig. Ach, ich halt noch ein Tor. Oder so. Ach so, du willst jetzt ein Tor machen? Ein Eigentor? Du hast dich davor zurückgehalten quasi. Ich mach eins. Ein Eigentor quasi? Ah nee, da war ich ja nicht dran. Siehste? Wurde weggeboxt von dir. Andi war einfach nicht im Tor drin. Ja, mit dem Auto geht das nicht. Schau durch. Nochmal, Andi. Das Auto... Das fährt sich anders. 100 pro. Ja, nein. Bildet sich glaub ich das nur ein. Das hat Countdown for us. Mit Unterbewusstsein fährst du jetzt einfach scheiße, weil du glaubst, dass das Auto sich scheiße fährt. Hä? Hä? Du laberst einfach nur im Bewusstsein? Nein, das ist alles einfach scheiße. Er fährt mit dem Auto genauso gut wie mit dem anderen. Und deswegen mach ich trotzdem permanent die Tore hier. Hä? 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 Wie schärst du dich denn eigentlich dann? Hä? 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 Das liegt doch an meinem Skill, nicht an dem Auto. Als hätte er null Punkte, weißt du? Ja, dann hättest du es mir gerne überlassen können. Eben. Gib mal Repop-Punkte. Ja, ich brauch Ballkontakte. Ich hab erst Ballkontakte. Der Ballkontakt ist kein Tor. Doch, der Vor ist es ein Ballkontakt. Ja, ohne Ballkontakt kein Tor. Schwierig, ja. Alles ist möglich. Solange du wirklich bist. Ja. Ja. Rückpass. Ja, bitte. Da was? Nee. Uli? Ich hab weggekickt. Ja, danke, Tui. Ja, du warst mir zu langsam. Ja, weil ich schon so ein Barney herwischt hätte. Fuck. Uh-oh. Ugh. Fuck. 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 Ich bräuchte Nuss oder sowas. Oder sowas. Was is'n sowas. Was is'n sowas. Was ähnliches aus Nuss. Oh-oh. Oh-oh. Das war... Das grenzte an Selbstverstümmelung. Das schauen wir uns noch mal ganz genau an. Das schauen wir uns noch mal ganz genau an. Das hat keiner gesehen. Nee, nee. Das hat keiner gesehen. Nee, nee. Das hat keiner gesehen. Nee, nee. Ich mach's gleich wieder gut. Vielleicht. Alles klar. Muss ich was bezwecken? Oder? Ich glaub, ich hab kein so vieles Eingang bis jetzt nicht. Was? Das war jetzt echt... Nee, nee. Enttäuschend. Nice. Da hast du's wieder gut gemacht. Rhee braucht immer noch Punkte, Leute. Lass den mal ran hier. Rhee? Ja, guck wo ich bin. Was macht so viele Punkte? Mach mal ein Tor, oder so. Diese Runde hab ich glaub keine Lust mehr draus. Ah ja, als Sozialseiten. Hohohoho. Na ja. Generation A. Asozialen. Ach so. Was geht jetzt so? Ach tviiii. Ich stand viel besser aus. So. Ich hab dich richtig gesehen. Jetzt Rhee! Jetzt Rhee! Schade. Aber jetzt hast du's. Ich hab Rhee reingekickt, damit das nicht torschlos. Ah ja, siehst du nicht. Ja, das wäre wahrscheinlich anders besser. Egal, jetzt hast du deine 50. 52, nice. Tschü, tschü. Hä, ach so. Ja, ich frag mich grad her, wo bin ich?